Zu viele neue Gesichter, aber auch viele betreffte Gesichter. Müsste man jetzt eigentlich filmen? Ja, ja. Also ich glaube, wir können schon abbrechen. Hallo, ich glaube, wir müssen leider abbrechen, weil ich selbst glaube, wir müssen noch mal sehen. Komm mal, er ist schon. Ich will ihn nicht irritieren. Du bist ja süß. Ja, Hallo. Hi. Hi. Ich muss mich erstmal... ...zurecht finden. Ja, aber, ist das toll? Warte mal auf. Arme Mund. Ja, los. Ja, los. Au! Hey! Hallo! 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 Ein bisschen der Stichgabe. Seltsam. Komm her! Jetzt muss nicht die ganze Zeit jammern, du kannst doch laufen. Du kannst doch laufen. Oh mein Gott. Annelia, hat sie irgendwo... Ich hab auch gerade ihn schon für Sie gereicht. Ja, ich geh auch gerade. Das geht bei dir. Ach, Entschuldigung. Was ist denn anders? Du bist gerettet. Du bist gerettet. Du bist gerettet. Die rennt jetzt aus. Sie ist gerettet. Ich hab gestern viele Tage gelassen. Ja, ich hab' einen Teufel. Ja. Das war voll Spaß. Ich hab' einen Teufel. Ich hab' einen Teufel. Ich hab' einen Teufel an. Ich hab' einen Teufel an, ich hab' einen Teufel an. Wenn ich das dann ausmache, muss ich einen Softshell vorzusehen. Aber ich glaube, das habe ich mir heute dann gelesen. Wir hatten auch schon so wie die Ringe drin. Ja, ja, aber sag mal, was war das für die Ringe drin? Schönen Zeit, ich denke, es heißt noch. Ja, ich bin gerade ganz im Manker drin. Genau, und da kostet sie super. Und deswegen glaube ich, das habe ich noch nicht mal. Ich habe jetzt eine Kauffassung abgeschickt. Ich denke, wer kommt und wohnt. Aber es ist natürlich auch wieder ein Ruhm. 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 Nee, die gibt es noch. Ich habe mir immer noch einen Flugzeug für den Strom speech die ganze Zeit in einem den Fairwärts geschehen. Das ist unglaublich. Ja, muss ich sagen? Wenn wir sehen? Mann, da bist du denn zusammen. Vielen Dank.